Ja, ihr Folks, ja, es ist Wochenende und ja, ich muss euch sagen, ich möchte mich auf alle Fälle bei euch heute mal melden, aber ich habe leider gar kein Thema groß zum Pfeifferaufen und Tabak, was sich bei mir in der vergangenen Woche da gar nichts Großes getan hatte. Zum einen war ich viel unterwegs, naja, und sowas kommt eben auch vor. Ich kann ja jetzt auch nicht jedes Mal nur, weil ich einen neuen Tabak in die Luft halten will, ein neues Päckchen Tabak oder eine neue Dose Tabak aufmachen. Ja, bei mir hat sich so viel angesammelt, dass ich jetzt erst einmal das alles wegrauchen muss, weil es demnächst auch wieder ein bisschen kühler wird. Und hoffentlich die Jahreszeit sich verändern wird, wir in den Herbst reinkommen, ja, obwohl noch ein paar wunderschöne Tage, ja, vorausgesagt sind und sicherlich auch im September und Anfang Oktober noch da sein werden. So mit Veränderungen der Jahreszeit ist es eben so, dass ich bei mir teilweise dann auch der persönliche Geschmack und die Tabakwahl, ja, so ein bisschen verändern und nach meinen Wünschen der Jahreszeit anpassen soll heißen. Ich gehe davon aus, dass ich so ab der kommenden, übernächsten Woche, wenn die Prognosen so sein sollten, dass wir so runtergehen auf teilweise zumindest bei uns 15, 16, 17 Grad, vielleicht auch mal teilweise ein bisschen kühler und in der Nacht hoffentlich auch wieder ein bisschen kühler sein wird. Dann wird so mein Hang zum Perique, ja, in diese eher etwas kräftigeren, würzigeren, etwas kantigeren Pfeifentabaken gehen und dann werde ich so für eine gewisse Zeit vielleicht auch so diese glatten Virginia- und reinen Virginia-Sorten so ein bisschen wieder hinter mir lassen. Ja, das ist so meine Erwartungshaltung, weil es eigentlich jedes Jahr so ein bisschen bei mir sein wird. Ja, am vergangenen Mittwoch wollte ich ein Video hochladen, hatte ich schon fertig oder ist fertig, wollte ich nachmittags online stellen und dann habe ich kurzerhand erfahren, dass Helmut seine Evi, leider Gottes, völlig unerwartet verstorben ist und dann bin ich völlig für mich alleine, für mich alleine, ja, zu dem Schluss gekommen und habe gesagt, nee, das Video lädst du jetzt nicht online. Nein, mir war nicht danach, einfach zur Tagesordnung überzugehen und deswegen, wie gesagt, dieses Video habe ich einen Mittwoch gedreht und das seht ihr jetzt dann, lade ich für euch hoch am nächsten Mittwoch. Ja, also nur schon mal für den Fall, wenn ihr merkt, das Wetter ist vielleicht ganz anders als das, was ihr in meinem Video dann feststellen wollt, dann wisst ihr, das passt einfach nicht zum jetzigen heutigen Tag, sondern ist schon eine Woche alt. Und ja, ansonsten ist klar, ich habe es dem Helmut ja auch schon persönlich, sowohl schriftlich als auch mündlich mitgeteilt, dass mir das sehr, sehr leid tut. Und ich weiß natürlich, ich weiß natürlich, dass wenn man mit jemandem gemeinsam durchs Leben geht, einem Lebenspartner, egal ob ihr Frau oder eben nicht verheiratet und wenn einer von den Zweien geht, dann zieht es dem Verbleibenden den Boden unter den Füßen weg. Das ist ganz klar, restlos die Füße unter dem Boden weg, denn der Partner, der weiß ja hoffentlich nicht nur um die Stärken, sondern er kennt auch jede Schwächen und man ist sich vertraut und also das ist schon ganz übel, wenn Eltern ihre Kinder verlieren oder eines ihrer Kinder verlieren und wenn man den Partner, mit dem man gerne gemeinsam durchs Leben geht, wenn da jemand verstirbt, das sind ganz, ganz üble Momente. Und ich drücke also da die Daumen, dass der Helmut ganz schnell wieder, möglichst schnell, so einfach geht das ja nicht, aber möglichst schnell wieder, ja, ein bisschen auf die Beine kommt. Okay. Ja, wie gesagt, habe kein besonderes Thema, möchte mich aber trotzdem bei euch melden. In Sachen Tabak kann ich euch auf alle Fälle eines berichten. Ich hatte euch ja das Video gemacht, Video online gestellt, als damals Schilde in Essen seinen Online-Vertrieb eingestellt hat und ich das sehr bedauert habe, dass es den Golden Virginia Nummer 4 nicht mehr gibt. Und ich hatte ja damals schon angekündigt, dass ich sowohl bei der Firma Schilde oder bei Herrn und Frau Schilde und als auch bei Kopp mal nachfragen will, wo ist denn der Ersatz, beziehungsweise wo gibt es diesen Tabak unter einem anderen Namen. Am 3. August, Samstag, den 3. August, habe ich geschrieben an Kopp, hallo zusammen, I'm in trouble, wie man so schön sagt, ich habe über viele Jahre Schildes Gold Virginia Nummer 4 geraucht. Nach der Geschäftsaufgabe in Essen vor einigen Jahren hat die Familie Schilde nun auch den Online-Vertrieb eingestellt, der Ruhestandzeichen gegönnt. Ich weiß aber, dass der Golden Virginia Nummer 4 von euch produziert wird, Schrägstrich wurde, welchen Tabak muss ich jetzt kaufen, um exakt dieses Produkt unter einem anderen Namen zu erhalten? Ich würde mich über eine zeitnahe Antwort sehr freuen, denn ich bin meine Followern bei YouTube, eine Antwort schuldig mit besten Grüßen aus Rheinland-Pfalz. Und am 26. August bekam ich dann von Kopp eine Antwort, sehr geehrter, leider gibt es den Golden Virginia Nummer 4 in dieser Rezeptur nicht mehr, da er exklusiv für die Firma Schilde aufgelegt wurde. Am nächsten im Geschmack kommt diesem Tabak unser reiner Golden Flake. Wir wünschen Ihnen eine genussvolle Zeit, Ihr Kopp Tobacco Team. Gut, hier ist er, der Rainer Golden, Golden Blend oder wie haben wir es genannt? Golden Flake, Rainer Golden Flake, hier ist er. Und ich kann euch jetzt noch keine, ist jetzt erst gekommen, gestern zu mir und dem werde ich jetzt natürlich mal mit Herz und Nieren auf die Spur gehen. Und da werde ich euch noch separat in einem Video berichten, wie meine Empfindungen so zu diesem Tabak sind. Ja, ansonsten, was hat es gegeben die Woche? Eigentlich nicht viel, außer mal so ganz allgemein, ich mache hier beim besten Willen keine politischen Videos. Das gebe ich mir gar nicht. Aber, ich kann euch sagen, da waren ja nun am vergangenen Wochenende die Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Und ich muss euch sagen, der Nachhall nach dieser Wahl, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Und diese ganzen Versteher und die ganzen Experten, die sich da durchs Fernsehen durchschlangen und jede Talkshow ihren Hintern breitsitzen und dann schlaue Sprüche machen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es auch teilweise nicht mehr lesen. Überall schießen irgendwelche Experten aus den Ecken und meinen, erklären zu können, warum und wieso solche Wahlergebnisse zustande kommen. Also schlimm, ganz, ganz schlimm und ich bin völlig genervt. Aber zwei, zwei Sachen habe ich in diesem Zusammenhang, beziehungsweise sind mir in diesem Zusammenhang in dieser Woche echt hängen geblieben. Auf einen bin ich selber gekommen und den anderen hat meine Frau geliefert. Ja, ich habe mich mit meiner Frau unter der Woche immer so ein bisschen miteinander gequatscht und dann haben wir auch so gesagt, ach ja, jetzt geht es wieder in die kühlere Jahreszeit und dann steht auch bald Weihnachten vor der Tür. Und dann habe ich mich tatsächlich dazu verleiten lassen, dass ich gesagt habe, ach ja, komm, dieses Jahr gehen wir da mal auf den einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Und dann machen wir uns eine schöne Zeit, einen schönen Glühwein trinken und eine Bratwurst essen und wird bestimmt schön. Und das erste Mal, das erste Mal, dass ich das erlebt habe, hat meine Frau zu mir gesagt, du, ich habe da gar keine Lust zu. Und so habe ich gesagt, warum? Hat sie gesagt, du, ich fühle mich da nicht mehr wohl, ich fühle mich da nicht mehr sicher. Nun habe ich natürlich da eine etwas andere Meinung, ich bin da ein bisschen lockerer. Ja, aber das hat mir schon schwer zu denken gegeben, denn meine Frau ist nicht im Ansatz verdächtig, links oder besonders rechts zu sein, sondern das ist ihr ganz normales Gefühl und das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit, ja, dass es da offensichtlich zunehmend Menschen gibt, die sich einfach nicht mehr sicher fühlen. Ganz ungutes Gefühl. So, und das andere ist, wenn jetzt die, wir bekommen ja jetzt noch die Wahlen in Brandenburg, da geht das Gezeder und Gesülze weiter. Und dann sind im November ja auch schon wieder die nächsten Wahlen in den USA und dann wird das Thema, wird dann die politischen Themen hier in Deutschland wieder verdrängen und dann wird nur noch über das Thema geredet. Aber was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist folgendes. Der alte, gute Georg Schramm, einer der besten politischen Kabarettisten unserer Zeit, der hat ja keine Gelegenheit ausgelassen, entweder in seiner eigenen Bühnenshow oder auch im Fernsehen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Warren Buffett, Warren Buffett, ja, ein stinkreicher amerikanischer Banker, der wurde irgendwann mal gefragt, welche Auseinandersetzung oder welchen Krieg sieht er denn so in der Gesellschaft, welche Probleme und so weiter. Und der hat immer geantwortet, das fragen Sie noch. In unserer Gesellschaft herrscht Krieg zwischen Arm und Reich. Und meine Klasse, die Reichen, werden diesen Krieg gewinnen. Das hat der Warren Buffett gesagt. Und genau daran musste ich denken, nur ich bin zu einem anderen Schluss gekommen. In den USA schon ganz weit fortgeschritten und bei uns mit zunehmendem Maße passiert das Gleiche. Es bahnt sich eine Auseinandersetzung, noch ist es ein Kampf. Und vielleicht wird es immer noch mal schlimmer. Uns beherrscht nur noch die Auseinandersetzung zwischen rechts und links. Und in den USA ist es mittlerweile schon so weit, dass man innerhalb der Familien, innerhalb des Freundeskreises schon aufeinander losgeht, sich mindestens verbal heftig auseinandersetzt, aber auch ganze Freundschaften und so weiter zerbrechen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, bei uns in der Gesellschaft geht es auch nur noch um rechts oder links. Und was dabei auf der Strecke bleibt. Das ist die, wie ich immer noch denke und ich auch dabei bleibe, die vernünftige Mitte. Denn nur in der Mitte werden Kompromisse geschlossen. Und nur dann, wenn Kompromisse geschlossen werden und wenn man einen Mittelweg, wenn jeder, jede Seite irgendwie die Möglichkeit hat, sich zu äußern, sich zu positionieren, Akzente zu setzen, nur dann funktioniert unsere Gesellschaft. Und da sind wir momentan dabei, dass wir völlig auseinander driften. Aus den verschiedensten Gründen. Gut, ansonsten habe ich nichts Großes gemacht. Ich habe ein bisschen Netflix geguckt. Zum einen, ich bin ja ein bekennender Kida Ramadan Fan. Kennt ihr Kida Ramadan? Das ist ein Libanese, der als junges Kind, als Asylbewerber nach Deutschland gekommen ist und sich heute zu einem durchaus respektablen Schauspieler entwickelt hat. Und ich habe nach langer, langer Zeit, weil die Serie ist schon ein bisschen älter alt, ich habe es endlich mal geschafft, vier Blocks zu sehen. Vor Blocks. Vier Blocks. Der Kida Ramadan, der hat den Vorteil, oder hat das Glück, dass er nur sich selber spielen muss, um, wie ich finde, ein ganz ausgezeichneter Charakterschauspieler zu sein. Unglaublich. Und in vier Blocks, eine Serie, die er in Berlin spielt, eine Serie über einen Clan aus der Sicht des Clans, des Hamadi-Clans und Kida Ramadan spielt er den Tony Hamadi. Also das hat mich schon sehr, sehr schwer beeindruckt, ja. Eine Serie, die, so eine TNT-Serie, die, also Deutschland kann es auch, ja. Eine sagenhafte Serie mit Spannung, mit Authentizität, mit sensationellen Kameras und wirklich auch überaus mehr als respektablen schauspielerischen Leistungen. Also, wer diese Serie noch nicht gesehen hat, läuft bei Netflix noch und ich meine, auch bei Amazon weiß ich es aber nicht genau, aber bei Netflix weiß ich es ganz sicher. Vier Blocks müsst ihr euch anschauen, ja. Also wer gutes Kino will und wer sich so für Clan-Kriminalität, die auch möglichst authentisch ist, ja. So hundertprozentig wird es natürlich auch nicht stimmen, aber so wirklich nah dran ist und wirklich einen famosen Kida Ramadan sehen will. In der Rolle des Tony Hamadi, der guckt sich das an. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch eine ganz aktuelle Serie gesehen, die kann ich euch auch sehr, sehr empfehlen. Das ist Crooks mit Frederik Lau und gut, Kida Ramadan ist auch dabei, spielt aber hier jetzt nicht die Hauptrolle. Auch Crooks, eine Serie, die über Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich geht. Mit ganz hervorragenden schauspielerischen Leistungen, ja. Spannend, super gemacht, ja. Mit, ja ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, habt mich von der ersten Minute bis zur letzten wirklich überzeugt. Es gibt eine Staffel bis jetzt, die ist komplett zu sehen, wie gesagt, auf Netflix. Kann ich nur empfehlen. Schaut es euch mal an. Ja, Crooks heißt die Serie. Ja, okay. Das soll es jetzt für dieses Wochenende von mir gewesen sein. Diesmal nur ein bisschen bla bla bla, mehr habe ich nicht. Ich wünsche euch aber auf alle Fälle einen schönen heutigen Samstag, morgen einen schönen Sonntag. Erholt euch ein bisschen, genießt noch ein bisschen das schöne Wetter. Ja, und wie gesagt, das Video, was ich am vergangenen Mittwoch online stellen wollte, kommt dann am nächsten Mittwoch. Ja. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, lasst euch gut gehen und wir sehen uns hier im Wälde. Macht's gut, tschüss. Ja. 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 Vielen Dank.